schönen guten nachmittag ich habe hier solche kabel clips die will ich auf meinem schreibtisch fixieren hinten am rand nicht auf diesen sondern auf meinem hobby schreibtisch das ist ja hier mein arbeitsschreibtisch da brauche ich das nicht da ist schon alles so weit gesichert dass nichts hinterrutschen kann aber beim hobby schreibtisch da habe ich nämlich drucker und solche sachen alles und wenn ich die mal abziehe laufe ich immer gefahr ich muss das immer dann irgendwie festhalten und so ich glaube immer gefahr dass die kabel zack hinterm schreibtisch verschwinden und da komme ich nicht ran da muss ich ganz umständlich ran um die wieder durch zu fehlen und das ist mir alles ein bisschen zu anstrengend und deshalb habe ich mir diese clips bestellt das ist genau meine kragenweite fünf stück sind drin enthalten mehr brauche ich auch nicht die klebe ich hinten am schreibtisch an da wo die kabel hinten hinterm schreibtisch verschwinden so dass sie nicht runter fallen können wenn sie eingehängt und sind verfügbar wenn ich sie dann brauchen nämlich einfach wieder raus ganz toll ganz einfach das prinzip die sind auch noch selbst kleben tier mit vorher abziehen und drauf auf die fläche egal wie rum man das dreht ist genau das was ich brauche und auch genau der preis den ich gerne habe ja sie sind wirklich günstig mit 990 für fünf stück das ist ist top so habe ich im baumrecht nicht gesehen da war es teurer gewesen und von daher finde ich das absolut empfehlenswert so das war's von mir jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restnachmittag und bleibt schön gesund tschüss